Hi Ladies, Shanett ist ein Sommerkind und hat sich von mir ein Outfit gewünscht, was genau das unterstreicht. Und wie ihr seht, habe ich ihr diesen Wunsch erfüllt. Doch bevor ich das Kleid und das Outfit komplett vorstelle, noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt und die dazugehörigen Deals und Sales, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal alle Details und Sales dazu, damit ihr nichts verpasst. Shanett mag es luftig, locker, sommerlich und genau das war ein Kriterium, was sie mir an die Hand gegeben hat, wo ich schon eine spezielle Vorstellung hatte. Sie hat mir natürlich noch gesagt, was sie so liebt und das hat es dann ja wieder ein bisschen schwierig gemacht. Also sprich, ich habe wirklich sehr lange gebraucht, um das perfekte Kleid für sie zu finden. Doch wie ihr es seht, habe ich hier von der Marge Z ein Kleid gefunden, was ja perfekt für Shanett geeignet ist. Denn es strahlt Sommer aus, es ist luftig, locker und sie liebt Spitze. Und siehe da, ein Kleid komplett aus Spitze. Und das Geniale ist, die Dreiviertelarme sind transparent, die Spitze komplett auch durch das Unterkleid natürlich blickdicht, aber dadurch, dass das zwei Stofflagen sind, ergibt sich hier ein Tragekomfort, was man eigentlich fast gar nicht mit Worten beschreiben kann. Man kann nur dazu sagen, der typische Sommertraum. Jeder, der schon mal ein Spitzenkleid anhatte und damit im Sommer am Strand, am See, irgendwo zu einer Veranstaltung damit unterwegs war, weiß genau, was für ein Gefühl ich damit meine. Und ja, es ist auch so gut und schön detailliert geschnitten. Ihr werdet es einfach lieben und vor allem Shanett, denn ein Sommerkind braucht so ein Kleid. Aber natürlich, das Kleid selber ist ja nicht das komplette Outfit, sondern nur ein Teil davon. Und damit wir das Kleid jetzt nochmal komplett abrunden mit Accessoires und es komplett sommerlich dastehen lassen, würde ich euch hierzu eine Sandale empfehlen, die weiß in Leder gehalten ist, mit sehr vielen offenen Stellen. Man nennt es auch Cutout-Style, also sprich, wo die Lederarten schön mit vielen Löchern und Verzierungen offen gehalten sind, dass da Fuß quasi gar nicht so großartig versteckt wird und quasi das komplette Bein zu sehen ist. Und durch das Kleid, dass es relativ kurz ist, habt ihr ohne einen Pimp zu tragen schon mal ein ewig langes Bein, was euch übelst schlank macht, groß und sexy und sommerlich sowieso. Und um das quasi im sommerlichen Look weiterzuführen, würde ich euch als Accessoires, als Handtasche, beispielsweise als Shopper, eine Shopper-Jacheln empfehlen, die quasi im gleichen Look daherkommt, wie das Kleid, wie die Sandale. Denn die Handtasche ist in weiß gehalten, mit schönen Butterflies-Verzierungen, auch in diesem Cutout-Style, was dann alles komplett im Eingang ist. Und mit so einer Tasche habt ihr im Sommer eine Tasche an der Hand, wo ihr wirklich alles reinbekommt. Entweder, ob ihr an den See geht zum Baden oder zum Shoppen oder fortgeht, ein Allrounder für den Sommer. Und um das Ganze quasi jetzt noch die Krone aufzusetzen, dieses I-Pimpchen und das Ganze abzurunden, würde ich euch einen Schmuck, besser gesagt Ohrringe dazu empfehlen, was den ähnlichen Look hat, wie das komplette Style hier. Denn die Ohrringe sind mit kleinen Verzierungen zusammengehalten, dass das alles locker luftig am Ohr hängt und auch wiederum das widerspiegelt, was das Kleid, die Sandale und die Tasche ausstrahlt. Purer Sommer. Und wenn ihr, wie Janett, puren Sommer auf eurer Haut spüren wollt und quasi besser gesagt ein Outfit genau auf euch zugeschnitten, dann schreibt mir unten in den Kommentaren so genau wie möglich, zu was für einer Veranstaltung ihr geht, wie ihr ausseht. Und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein Outfit genau auf euch zuschneiden und euch natürlich hoffentlich glücklich machen. Damit ihr das nicht verpasst, vergesst mich nicht hier oben auf mein Logo zu abonnieren und verpasst in Zukunft kein so ein wunderschönes Outfit und die dazugehörigen Deals und Sales. Ist das ein Deal?